Ja, hey, sag mal, wo bleibst du denn? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf dich. Warum? Ja, mich hat jemand zu dir geschickt, denn ich soll dir zum Geburtstag gratulieren. Haha, ja, ja, da schaust du jetzt. Und ich weiß auch, dass du heute so alt wirst. Und deshalb soll ich dir sagen, Happy Birthday und alles Gute. Und nochmal, Happy Birthday, das ist dein Tag. Happy Birthday, lass es krachen. Und natürlich auch alles Gute von mir.